Hallöchen, Pflöpflöchen zu meinem RollenLads-Blog und herzlich Willkommen! Vorhin von mir ist aufgetreten, ich wollte mit einem Abonnenten von mir dieses schöne Spielchen hier spielen. Das gespielt heute. Kann ich jetzt aber nicht, weil, wie ihr schön unten lesen könnt, keine Verbindung. Ich habe alles versucht. Wirklich, alles Mögliche. Ich war sogar kurz davor, Steam auf meinem PC zu löschen. Wobei, ich habe keine Ahnung, ob ich dann sogar meinen Account noch verliere und dieses Risiko würde ich nicht gerne eingeben. Und die Hintergrundgeräusche, die ihr gerade hört, ist von meinem Kollegen, der seinen Zauberbefehl gerade löst. Den Kleinen und den Großen. Den Großen. Ah. Naja, ist sehr gut. Ich will das auch irgendwann mal können, denke ich, wenn wir beibringen. Ist sehr gut, ich hänge gerade vor. Na egal, jetzt geht's. Den Kleinen kann er sehr gut. Ja. Naja, das ist aber auch was von egal. Ich habe es gerade schon mal aufgenommen, das Video habe ich mir gedacht, komm, passt einfach mal ins Blog rein. Gucken bestimmt mehr Leute dann. Ja, drei. Aber, warum? Wenn ihr irgendeine Idee habt, wirklich irgendeine, die nicht beinhaltet, dass mein Account gelöscht wird, schreibt es mir bitte. Ich wollte mit meinen Abonnenten spielen, ich habe mich richtig drauf gefreut und... Ja. Scheiße gelaufen, wa? Naja. Dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Guckt's schön für meine Videos. Bis zum nächsten Mal. Desde Knochen. Bis zum nächsten Mal.